Video Löwigs Offene Lesebühne trifft Kurzfilmkino Kurzfilmkino trifft offene Lesebühne Wir gehen neue Wege, sind innovativ, jung, erfrischend, spontan und dynamisch Bieten jungen Filmemachern und jungen literarischen Talenten ein Forum Aber Curry Fiasco, das klingt ja großartig Renni Schweizer, ich weiß Deswegen habe ich auch dafür gesorgt, dass du mein neuer Co-Moderator wirst Das finde ich spitze Wir haben die beiden originellsten und faszinierendsten Moderatoren der Stadt Einer davon aus erwiesen ist stadtbekanntes Sexsymbol, der andere Renni Schweizer Das klingt ja großartig Und weißt du, wo es stattfindet? Was im Heppel und Etlich Genau, im Heppel und Etlich An der Münchner Freiheit, zentral gelegen Video Löwigs Video Löwigs Video Löwigs